Nee, musst du nicht. Oh, ich hab ein Blackie gefunden. Ich kann das nicht. Mir wird nichts angezeigt. Oh, ich hab ein E-Mail gefunden. This is what we are looking for. Geht noch mehr nicht. Wird mir nicht angezeigt. Wie frech. Ja, finde ich auch. Er ist satt. Hallo. Gibt's schon viel Loot. Gibt's hier noch Mutanten, aus dem, was die dann irgendwas rausschneiden können? Oh, ein Kreuz. Ja. Noch ein. Oh, ein Wodka. Fai. Oh, ein Laptop. Kreuz. Laptop. Ich hab mir eine Axt draufgehauen. Ah, du hast den gebootet. Das falsche Betriebssystem drauf. Das ist richtig. Aber in Leichen liegen hier keiner mehr rum. Ja, dann sitzt wahrscheinlich diesbohnt. Wahrscheinlich konntest du deshalb auch nicht mehr die Rüstung rausholen. Ja, zu lange gewartet. Also da, wo ich gerade herkam, da ist noch etwas. Ich weiß nur noch nicht, was es ist. Ja, da? Meinst du? Oh, gerade konnte ich da was rausholen. Wieso macht das Tsch 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 Tsch. E-Mail. Ja, ja, äh, Blacky hat, ich glaube ich, Das wird wieder looking for. Was ich meine, was ich gefunden habe. Ah. Hier bin ich dann auch gespawnt. Aus irgendwas bin ich rausgequetscht worden. Ich habe keine Ahnung was. Ja, den, äh, die müssen entfernt werden, damit man weitergehen kann. Äh, ja. Genauso würde ich das auch sagen. Entfernt werden. Ja, naja. Ich habe hier was Tolles gekriegt. Damit kriege ich ihn auf jeden Fall weg. Was hast du denn gefunden? Bei dem Bauarbeiter hier. Lagen zwei Leiterpläten. Lagen zwei Pakete. Zwei Leiterplatten lagen da, bei dem. Wie langt man zwei Zeitbomben? Was ist das? Zwei Zeitbomben. Was ist das? Okay. Ich bin nicht so nah dran. Oh, stimmt, tatsächlich, habe ich auch. Aber die habe ich. Das steht da fest, oder? Ja. Geh mal bitte kurz zur Seite. Oh, schön. Das hat es gemacht. Mmh, lecker. Halt hier mal Lust auf frisches Mutantenfleisch. Snack. Ich wünsche dir, ich hätte auch eine gute Idee. besseres Licht dabei, aber... Da ist noch eine Taschenlampe. Wurde ich gerade sagen. Ja, hätte ich, äh, hätte ich eine, die noch voll wäre, würde ich sie nutzen. Hast du keine Batterien mehr? Ich meine, die Kisten, die ich vor der Höhle gelootet habe, da waren Batterien drin. Jetzt habe ich, äh, wieder genug Batterien. Ja, ich habe das mit der, äh, Dings nicht... Also, dass da Batterien drin sind, habe ich nicht mitbekommen. Aber ich bin lustig. Ist ja wohl. Habe ich irgendwas zu trinken, außer Wodka? Ja. Wasser. Ein Energy-Trink. Garantiert gut. Die du Durst. Kommen sie hier hinten, hört sich an, als wäre irgendwas. Ja. Auf jeden Fall mal Ziele rum und irgendein Mutantrenn, äh, Spalter-Sachen rum. Ah, Freunde. Ah, das ist Mutant. Hat, im Bauch, im Gesicht als Bauch. Ja. Und hat mich doch ausgelockt. Das hat mich vollgeschleimt. Lebst du noch? Äh, ja. Jetzt wieder. Gut. So, guck mal hier, bei dem kann ich was rausschneiden. Ich nicht. Ah, jetzt. Jetzt. Ich habe das ja da verzielt. Ja. Ein gutes Arschleisch. Was habe ich jetzt? Das ist ein Stück Mutantenrüstung. Bei dem kann ich auch raussteigen. Äh, hier muss ich auf sein Kopf zielen. Da kann ich das ja auch rausholen. Und jetzt? Wie kann ich das jetzt benutzen? In dein Inventar. Recht unten. Das ist nichts. Da. Oh Gott, da geht's ja noch weiter. Da warst du dann auf die Idee, bist du da nicht gekommen? Nein, ich habe es bis jetzt nur zu den Stücken geschafft. Oh Gott, my workers having a lot of trouble getting anywhere else inside the caves in complete darkness. We need more lighting in there. Zwei Medis. Das ist safe hazard, das ist light up the crisp. Äh, Heike. Äh, okay, okay. Das sind auch viele mehr Medis, weil ich es nicht mitnehmen kann. Ich auch nicht. Du hast ja voll geheilt. Nein, aber ich habe sie jetzt mal eine genommen. Jetzt kann ich wieder eine mitnehmen. Ach, das ist... Das Geräusch gefällt mir nicht. Das ist noch so ein Bauchatmer. Ja. Ich leuchte ihn gerade an. Oh. 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 Der Speer ist relativ praktisch, muss ich sagen. Ich spiele mir damit einfach gerade mal leuchtet. Das ist, glaube ich, für euch gerade praktisch, weil ansonsten... Jetzt ist er tot. Ich kann ihn nicht aufschneiden. Doch, jetzt. Vielleicht geht es in der Wand zum Aufschneiden, nicht auf. Nö, wir sind durch die Wand ges... Geglitscht. Mhm. Jetzt kann ich es aber nicht mehr weitertragen, ab da, da unten. Jetzt ist er da nicht auch so weit runter, nein. Ich habe ich jetzt am Bein, oder wo habe ich jetzt die Rüstung? Aber ich muss einen Rüstungswert oder sowas sehen. Ja. Das ist der... Neben deinem Leben. Neben deinem Leben, genau. Ah. Dann habe ich da drei. Da gibt es verschiedene Farben. Je nachdem, was du für eine Rüstung an hast. Das ist lila und drei. Mutantenrüstung. Mutantenrüstung ist gut. Das ist lila, die ist schon okay. Es gibt auch noch eine Rüstung mit Laub. Die ist natürlich nicht stark, aber die macht sich unsichtbarer. Zumindest im Wald würde ich verboten. Knochen ist eine Stufe unter der Mutantenrüstung. Zumindest war es im ersten Teil so. Babys. Ja, Babys. Mach sie tot. Übrigens Funfact, sie können schwimmen. Das Problem ist, mit der Axt kann ich nicht treppen. Mach dir ein Speer. Er ist wirklich praktisch. Okay. Okay, dann geht's bei die Dusse rein. Speer. Ähm. Du musst neben dem Band, Stock, zwei Stöcke und ein Messer. Du kriegst das Messer danach zurück. Ja, ist tot. Ich traue hier nix. Ja, man kann auch Speer und Lampe bewegen. Oder würdest du einem Baby trauen, was sich anhüpft? Nicht wirklich. Aha. Na ja, wenn's dein eigenes ist. Wenn's mich anhüpft, trau ich dem nicht. Der hatte Geld dabei. Ja, kannst du dir was kaufen. Hm. Laptop. Hast du wieder gehackt? Ja. Hab ne Platine rausgehackt. Hm, guter Hardware-Nahe-Hack. Hier ist lauter von dem Zeug, was sie haben. Ja, das ist wahrscheinlich eine Moderale oder so, oder? Ja. Ja, vermute ich mal. Ich hab keine Ahnung. Bin ich Giro, oder was? Hier hinten geht's weiter. Ja, das seid ihr. Ja. Hübsch gemacht, diese Höhe. Aber sehr dunkel. Surprise, Hüde. Wir sind halt da, wo die Sonne nicht scheint. Wir können den Heater der Elektronik nur sehen. Äh. Lecky. Was denn? Ich hab' ich voll erschrocken. Ich hab' doch gar nichts gesagt. Hey, aber du bist ja an mir vorbei. Und ich dachte, was ist das, was schiebst mich da? Ah, scheiß Fledermaus. Oh, da sind wieder. Ja, ja, ich sehe welche. Satt, dürfte mal die Richtung. Äh, da ist einer, ich weiß nicht, wo die anderen sind. Links ist aber noch einer, ist egal. Löscht mal den an. Den piekst mir jetzt. Der muss ich zuhören. Vorher ruckelt, da ist noch einer. Ey, der will nicht. Sie und sie, sie läuft weg. Ah, da ist der andere. Scheiße, Entschuldigung. Ja, das war ein Stück meiner Butatenrüstung. Danke. Ich sehe, also Schuss. Schon fallen wir für sie her. Ich wünschte, dass mit dem Erde geklappt. Haben jetzt geklappt. Ich hab noch ein Großfleisch. Ist ja kacke. Äh, ist ja gar nichts. Lecker, Feltration. War auch noch zwei Löffel drin. War auch Hunger. Ist ja was zu essen noch dabei. Großfleisch. Naja. Ah, ich hab einen Auster. Kann ich essen. Viel interessanter kann man dieses Wasser hier trinken. Nee, ich hab's schon probiert. Verdammt. Ja gut, dann verdurst ich auf dem Dienst. Da steht wieder was. Ja, ich glaube, es ist wieder so ein Spooky. Man ist ein Bauchatmer. Ja. Und ich glaube, er ejakuliert. Das tut er. Ich hab' einfach gegessen. Das könnte auch sein. Irgendwie mag er mich. Meinst du, er dich aneakuliert? Ja. Das war eine gute Betanwurst. Er ejakuliert. Naja. Da nehm' halt eine von ihm. Kann ich nicht. Er hat mir da. Aha, interessant. Ich hab' jetzt zehn Stücke davon. Ich hab' drei. Das heißt, ich kann keine mehr rausschneiden. Beziehungsweise rausschneiden kann ich sie schon, aber sie werden dann direkt gedroppt. Weil ich zieh' sie hier noch nicht an. Warum nicht? Weil ich hier noch nicht den Need dafür sehe. Nur weil du einfach besser bist als wir. Naja, wir sind zu dritt. Er fokussiert sich auf einen Gegner. Ja. Oder einen von uns. Und die anderen stechen zu. Ja, das ist schon ein Problem. Und das kann man mit Pillen nachregulieren. Den Schaden, den man dann kriegt. Das stimmt. Seid ihr noch in der... Ja, so halbwegs. Da würde ich lieber die Rüstung verwenden, wenn wir mal wieder so'n Run auf unser Haus grillen. Es ist satt ins Gesicht gesprungen. Es sah ekelhaft aus. Es sah auch so vorher ekelhaft aus. Aber ich kann nix dafür. Es ist halt mein Gesicht. Was? Ich wollte dir einfach den Spruch nicht stöhnen. Ja, gut. Jetzt haben sie auf jeden Fall beide Rüstung, die ich anhatte, auch fast wieder unifiziert. Halt! Das lebt noch. Hä? Mit rechter Maus, dass du bockst. Mit rechter Maus, dass du wirft man. Okay. Ja. Weil diese Leute, die runterhängen, und diese Fallus-Symbolen, die von unten auch wachsen... Hm. Seile kann ich auch nicht mehr mitnehmen. Ich kann. Ich auch. Weil ich hatte keine mehr. Hm. Ich habe sie verbraucht für sowas wie Bögen oder eine Falle. Also. Alle beide Seiten, die ich gefunden habe. Ich glaube, hier geht's raus. Entweder das, oder gleich geht's wieder sehr tief runter. Links und geradeaus. Ich guck mal ganz kurz hier geradeaus. Okay, dann gehe ich links. Hier oben ist auf jeden Fall nochmal eine größere Hühle. Hier gibt's dieses Schädel und dieses Zeugs. Hier ist nochmal eine Kiste mit Zeug. Ekelzeug. Und eine Missing-CEO Edward Pafton and his family still missing Schlagzeile. Hier sind nochmal Babys. Oh, bin unterwegs. Au. Wo ist es hin? Jetzt kommt da wieder angedackelt. Ja. Damit habe ich gerechnet, mein Kleiner. Dass es dir ins Gesicht springt. Okay, hier scheint es einfach weiter geradeaus zu gehen. Dann gehen wir nochmal zu satt, oder? Achso, du bist schon da. Ja. Also da gab's nur ein bisschen was zu mitnehmen. Das war's. Dann ein bisschen was zu mitnehmen ist vielleicht toll. Ja. Geh mal eben hin. Richtig. Keine Gegner, oder? Keine Gegner. Oh, ich hab noch mein Energy-Suit gefunden. Sehr gut. Äh. Ja. Da müssen halt die... Munition. Ich verstehe. Ich gehe wieder zu satt. Ich komme mit. Ja, dann. Okay. Ich mach nicht das Ding. Ich will noch so da. Das Ding. Okay. Dann muss es jetzt nicht mehr, dann nehmen wir doch wieder die Verstehen. Okay, dann können wir hier einmal rauf. Und hier haben wir Wasser. So, vielleicht kann man es ja diesmal trinken. Oh, und ein Spooky. Und Babys. Und Babys, höre ich. Boah, ich schalte das hier. Ach was. So, ich schneide hier ein Stück raus. Das solltet ihr dann da liegen sehen. Und ich mache das Ding. Und dann, also... Also, da...